Willkommen zu einer neuen Aufnahme aus Hill Valley, ich bin jetzt hier auch schon die ganze Zeit immer übergrübeln wie ich das ganze jetzt hier am besten angehe, vor allen Dingen wirklich das von gestern Abend, den Fehlschlag doch irgendwie verkraften soll. Es wird in der nächsten Zeit ein Let's Fail geben, der ziemlich lange dauern wird. Hintergrund ist der, ich wurde eingeladen auf eine Karte von zwei wirklich netten Personen, also die haben uns super unterhalten, das war auch richtig lustig gewesen. Wir haben mal spontan versucht ein Großprojekt zu starten, was aber vielleicht so wirklich gut funktioniert hat, weil es alleine schon am Aufbau der Stadt gehabt hat, hat es so gesehen. Wir haben zu dritt da rumgeochst wie die Bekloppten und es hat vorne und hinten nicht funktioniert, aber es ist doch richtig lustig geworden, also meiner Meinung nach und ich möchte es euch nicht unbedingt gerade vorenthalten und es wird dann in der nächsten Zeit so gesehen ein kleines Let's Fail geben, was weder Sinn noch Verstand hat, aber es ist trotzdem wirklich, es ist trotzdem wirklich ziemlich lustig geworden, wie ich finde und möchte ich euch ungern vorenthalten. Deswegen werde ich das auch irgendwann hochladen. Bitte versprecht euch aber nicht zu sehr viel davon, dass da inhaltlich etwas Dickes rüberkommt, weil wie gesagt, das ist einfach nur, das war ein übelster Fail, den wir da hingeballert haben. Aber naja, das werdet ihr dann jetzt selber sehen. Wer es sich angucken will, soll es gerne machen, würde mich drüber freuen, ist auf jeden Fall eine ganz tolle Geschichte auch. Aber es ist halt eine einmalige Sache, die wir da gemacht haben oder eher gesagt, zumindest auf dieser Karte. Wir haben noch eine zweite Karte angefangen. Da lade ich dann wahrscheinlich dann irgendwann später etwas hoch, sobald wir etwas hingekriegt haben, was wir eigentlich zeigen wollten. Wir wollten da ein bisschen auf die Großprojekte eingehen, aber naja, das wird sich dann halt irgendwann mal sehen. Das, was ich jetzt hier erstmal machen werde, ist, weil ich habe hier in Hill Valley wirklich, so wie es aussieht, ziemlich viel Scheiße gebaut, mal wieder. Und es ist mittlerweile schon echt deprimierend. Also jedes Mal, wenn ich in diese Stadt komme, sie ist mehr und mehr verbaut, obwohl es eigentlich nicht so sein sollte. Es gibt immer mehr und mehr Probleme und das mit weniger Leute. Also ich war ja vorher, wo ich das letzte Mal hier aufgehört hatte, bei knapp 70.000 Einwohner. Mittlerweile sind da auch schon wieder ein paar Leute abgehauen, weil es einfach zu brenzlig wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf gut Deutsch, ich hatte so ein paar kleine Brände hier noch gehabt. Die haben mir so einiges zerschossen, mal wieder. Und hier kann ich nicht anbauen, weil der Neigungswinkel zu groß ist. Ach, leck mich doch recht am Arsch, das kann doch echt nicht wahr sein. Nicht außenreichende Novellierung, ja, aber jetzt seht ihr, so, wenigstens etwas, dann kann ich das so machen. Ja, ich bin nämlich hier jetzt immer noch am Grübeln, wie ich hier am besten das ganze Chaos mit dem, ihr seht es hier, die Straßen verstopfen mal wieder oder immer noch und es ist echt zum Kotzen. Und ich hätte ehrlich gesagt nicht über Lust, hier den ganzen Haufen einmal abzureißen und komplett neu zu gestalten. Obwohl es das auch nicht wirklich bringen würde. Von dem her, ich bin da doch so ein bisschen gerade am Verzweifeln. Also könnt ihr mir jetzt wahrscheinlich die nächsten paar Folgen. Die nächsten paar Folgen müssen wir dabei zugucken, wie ich versuche, wirklich krampfhaft hier irgendwie was Neues oder irgendwas Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Hier unten funktioniert das ja wenigstens einigermaßen. Ich sollte erstmal hier so ein bisschen Gewerbegebiet zumindest noch mal reinbauen, weil davon habe ich ja bisher hier noch gar nichts. Das geht auch nicht. Ein bisschen muss leider sein, wie sich jetzt mittlerweile herausgestellt hat. Da kommt man leider nicht drumherum. Dann können wir nach oben abreißen. Erstmal wieder. Mal wieder. Nicht genug Arbeitnehmer. Das ist das nächste Problem wieder hier. Ja, wer auch drauf achtet, ich habe jetzt im Hintergrund so ein bisschen andere Musik auch laufen. Das ist nicht mehr die Game-Musik, sondern ich habe jetzt meine eigene kleine Playlist zusammengebaut. Bestehend aus sämtlichen Liedern, die ich irgendwann mal auch aus Unboxings genommen habe oder anderen möglichen Kramen oder wo ich bisher noch nicht die Möglichkeit hatte, diese einzusetzen. Das mache ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen. Abgesehen davon hat das auch eher so einen dumm-dämlichen Charakter, den ich hier sowieso in meine Gameplays mit einbaue. Dieses absolut hilflos-staxige hin und wieder, wo ich mir eigentlich eher alles selber zerhaue als irgendwie was anderes Tolles mache. Habe ich auch schon mal gehört. Also nicht gerade unbedingt so, aber so in der Richtung, Mensch Junge, teilweise denkt man echt, du gehst da vollkommen ohne Plan ran, was du da eigentlich gerade warst. Teilweise stimmt das sogar. Aber das habe ich jetzt auch gerade eben gar nicht wirklich gesagt. So, ich möchte jetzt hier erstmal noch mein Gebiet noch ein bisschen weiter ausbauen. Und das mache ich jetzt hier einfach mal mit einer Straße, die leider nicht funktioniert. Das hat ja mal wieder sehr toll geklappt. Also mache ich das dann lieber mal so. Und baue da mir noch einen weiteren Knoten rein, um noch mehr Stau zu verursachen. Das bringt es doch auf jeden Fall. Äh, polizeimäßig habe ich da eigentlich schon was hier bei mir rumfahren. Ja, mittlerweile. Ja, und da sieht man nämlich genau schon das, was ich meinte. Es ist jetzt schon alles voll. Ich bräuchte auf jeden Fall noch... Äh, ich bräuchte auf jeden Fall... Moment, jetzt muss ich erstmal hier weg. Ich spiele hier gerade über Kopfhörer und das wird mir doch echt ein bisschen zu... ...laut. Denn... Ich muss das Ganze hier irgendwie nochmal ein bisschen mit ein bisschen Feintuning rangehen, was jetzt die Sounds im Moment angeht. Äh. So, ich brauche... ...die sind unterwegs. Oh, die kommen wahrscheinlich nirgendwo hin. Und so, wie ich es mir nämlich dachte, auch hier ist jetzt innerhalb von kurzer Zeit alles zu. Das ist echt wunderbar. Ich kriege so das... ...so das Kotzen hier im Moment gerade in dieser Stadt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Habe ich hier überhaupt noch meine Busstation stehen? Da vorne. So. Ich mache jetzt hier alle paar Meter. ...ne Bushaltestellerei. Ich muss irgendwie jetzt erstmal versuchen, den Verkehr aus der Stadt rauszukriegen. Bevor ich hier irgendeinen anderen Scheiß mache. Von dem her bin ich da jetzt auch erstmal ein bisschen ruhig und versuche, es in irgendeiner Art und Weise zusammenzubasteln. Ich habe nur leider keinen Plan, ob das überhaupt funktionieren wird. Höchstwahrscheinlich nicht. So wie ich mein Glück zumindest es kenne. Das wird vorne und hinten nicht funktionieren. So, Park & Triads. Habe ich bisher noch gar keine, glaube ich, in dieser Stadt eingesetzt. Wird mal Zeit, dass die jetzt auch mal hier eingesetzt werden. Kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen. Die sind sehr wichtig. Die sind unwahrscheinlich wichtig eigentlich. Weil die wirklich auch sehr viel Verkehrsdichte so gesehen rausnehmen. Also zumindest an Ballungsgebieten. Wenn ihr da irgendwelche Probleme habt, dass es sich irgendwo Staudauer hat. Dann auf jeden Fall Park & Triads reinhämmern. Und damit kommt ihr dann weitaus besser zurande. Also so sagt es auf jeden Fall bei mir die Erfahrung. Jedes Mal, wenn ich irgendwo Park & Triads großartig reingesetzt habe, hat es dann auf jeden Fall auch ein paar Knoten gelöst, die mir alles Mögliche verstopft haben. Dann bauen wir da vorne noch einen hin. Das war ein totaler Kappes gewesen, weil hier vorne habe ich jetzt schon noch genug. Aber egal. Ziel ist es ja erstmal, den Stau irgendwie zu lösen. Insofern, dass es überhaupt möglich ist, so wie der sich da nämlich im Moment da nach hinten hin am Staunen ist. Ja, und da hat mir der Happy Funny God eben geschrieben. Auch toll. So hat er sich auch gerade eben in dieser Aufnahme verewigt. Ja, ich habe mich auch schon seit etwas längerem nicht mehr bei ihm gemeldet. Das liegt aber auch daran, dass ich im Moment ziemlich wenig Zeit hatte. Ich bin in der Woche schon immer dauerhaft beschäftigt gewesen mit Bioshock. Und jetzt hier am Wochenende oder eher gesagt am Osterwochenende versuche ich jetzt mal wieder ein paar neue Aufnahmen zusammenzustellen. Und ich habe alles Mögliche eigentlich. Also für Bioshock habe ich jetzt eine ganze Woche wieder zusammen. Das ist auch gut. Da läuft es dann da auch ein bisschen weiter wieder. Und jetzt muss ich natürlich SimCity auch nachziehen, weil ansonsten habt ihr nämlich nachher das Problem, dass ihr für SimCity keine einzige Aufnahme habt. Ich wollte eigentlich mehrere Städte gleichzeitig hochladen, aber irgendwie wird das wahrscheinlich nichts. Ich werde mich wohl nur auf Hill Valley beschränken und auf eine neue Stadt, die ich gestartet habe. Ich hätte mir dafür lieber Die7 weitermachen sollen. Ihr könnt mir im Übrigen auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr im Moment von dem ganzen LP eigentlich hier von mir haltet. Oder allgemein jetzt hier von dem, was ich da hier gerade bastle. Ob das okay ist oder ob das nicht okay ist. Würde mich mal interessieren, so ein bisschen Feedback von euch zu bekommen. Fände ich auf jeden Fall mal ganz nice. So, jetzt brauche ich hier erstmal irgendwas, um mein Müllproblem loszuwerden. Weil das ist wirklich im Moment ziemlich radikal. So, haben wir das Ding da hin. Ich habe das jetzt planlos einfach mal dahin gebaut. Wahrscheinlich auch genau in der Windrichtung von irgendwas anderem. Was mir dann nachher die ganze Stadt verpestet. So, wie ich mein Glück kenne. Ja, und hier der Park and Ride ist natürlich auch direkt im Weg. Das habe ich sehr schön angestellt. Da war ich ja sehr schlau wieder mit. Da oben, da staut es sich echt wie Ulle. Und ich habe echt keinen Plan warum. Ich muss mir da auch noch irgendwas planloses ausdenken. Apropos planlos. Kann ich da noch was machen? Ne, das kriege ich jetzt so erstmal nicht hin. Okay, dann kann ich hier. Was mache ich denn hier? Leute schreien nach hohen Gebieten. Okay, gut. Komm, dann sollen sie es kriegen. Auch da, wo eigentlich keine sein sollen. Ich klatsche jetzt hier einfach erstmal alles zu. Hauptsache, die haben da was. Ohne Rücksicht auf Verluste, was hier vorne eigentlich noch alles ist. Ich bin jetzt mal so dreist. Und ich habe hier auch viel zu viele, äh, viel zu viel an Industrie. Eigentlich. Was bringt mir der Wu-Tower? Da bringt eigentlich, außer dass hier die, äh, das Technik-Level hoch ist, bringt es mir sonst nichts im Moment. Bin schon fast am überlegen, den Wu-Tower abzureißen. Das kann ich aber hier erstmal noch. Brauche ich da jetzt noch eine Verbindung dran? Ne. Wäre vielleicht eigentlich nicht übel, aber ich lasse es erstmal. Aber da oben kann ich vielleicht eine Verbindung dran hämmern. Nö, auch nicht. So, jetzt habe ich hier gerade ein Problem, weil meine... Ah, jetzt. Weil die Musik gerade eben weg war. Ich hatte mich schon gewundert. Na, no, warum kommt da jetzt nichts mehr? Ist anscheinend einmal schon die Playlist komplett durchgelaufen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich hatte sie eigentlich auf Fremdenham gestellt. Egal. Ist ja auch nicht so dermaßen schlimm. Ich habe echt keinen Plan, wie ich jetzt hier da im Moment vorgehen soll. Das ist mein riesengroßes Problem. Ich müsste eigentlich wirklich hier jede Menge abreißen und auch komplett neu bauen. Und ich glaube, ich mache das jetzt auch hier. Der Wu-Tower weg. Park & Ride abreißen. Vorher mache ich da was anderes. So. Gebietsverteilung. Industriegebiete. Raus. Hier Industrie auch raus. Weg. Das wird alles komplett umgebaut. Das war's. Weg. 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 Schon viel gebessert. Was ist das? Egal. Ist weg. Braucht man nicht mehr. Äh. Da, 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 da. So. Und komischerweise haben wir jetzt auch schon so gut wie gar keinen Stau mehr hier auf der Straße. Bis auf den Randbereichen. Was geht's hier los mit dem Stau? Was geht's hier los? Alles. Und da. 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 Da Kiri. Da.